Gewöhnliche Monitore sind nur begrenzt von PCs absetzbar. Im industriellen Umfeld haben wir aber häufig den Anwendungsfall, dass Displays über große Distanzen entfernt vom PC betrieben werden müssen. Siemens bietet hierfür den Ethernet-Monitor an. Wie einfach die Erstinbetriebnahme dieses Ethernet-Monitor ist, möchte ich in diesem Video Ihnen zeigen. Dafür habe ich vorbereitet, einmal natürlich den Ethernet-Monitor und zum anderen ein SIMATIC IPC227E. Für die Erstinbetriebnahme ist es erforderlich, dass der Ethernet-Monitor über USB, Displayport und das Ethernet-Kabel angeschlossen ist. Für die Erstinbetriebnahme beginne ich zunächst mit der Installation der Treiber. Diese finden Sie auf der beigelegten Doku- und Treiber-DVD. In unserem Beispiel habe ich sie bereits auf der Festplatte abgelegt. Dazu öffne ich den Explorer und starte die Installation mit Startexe. Das Setup-Menü ist intuitiv aufgebaut und ich klicke zunächst auf Weiter. Die beiden Einstellungen für Ethernet-Monitor und das Panel-Configuration sind bereits vorausgewählt. Ich klicke ebenfalls auf Weiter, bestätige die Lizenzbedingungen und klicke noch einmal auf Weiter. Jetzt wird mir der Installationsumfang noch einmal angezeigt und ich beginne die Installation mit einem Klick auf Installation. Die Installation wird mit einem System-Neustart beendet. Nach dem Neustart ist das Panel-Configuration-Center automatisch gestartet. Ich kann nun mit der Konfiguration des Ethernet-Monitor fortsetzen. Dazu klicke ich auf Inbetriebnahme. Jetzt wird dem PC zunächst eine feste IP vergeben, ebenfalls dem Ethernet-Monitor. Nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist, kann ich das System herunterfahren. Nachdem das System heruntergefahren ist, trenne ich die USB und die Display-Port-Verbindung und schalte das Gerät wieder ein. Während das Hochlauf verbindet der Ethernet-Monitor sich jetzt mit seinem zugehörigen PC. Nachdem das System jetzt neu gestartet ist, ist die Video- als auch die Touch-Funktionalität rein über Ethernet realisiert. Möchten Sie die IP-Adressen des Systems ändern, können Sie dies im Panel-Configuration-Center tun. Klicken Sie wieder auf die Kategorie IFP Ethernet-Monitor. Hier werden Ihnen alle Einstellungen angezeigt und Sie können die Änderung vornehmen. Bitte beachten Sie, dass hierzu das Display-Port-Kabel angeschlossen sein muss und Sie erst dem Ethernet-Monitor und dann dem IPC eine neue IP-Adresse vergeben. Somit ist es jederzeit möglich, einen Ethernet-Monitor in ein bestehendes Anlagennetzwerk einzubinden.